So, jetzt bin ich da am Mikro noch ausgewiesen. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum dritten Alien-Artefakt, nämlich genau hier unterhalb von Corny Complex an meiner berühmten Brücke, wo ich in der letzten Season immer schön meinen Feuerbogen hergestellt habe. Leider kann ich das ganze dieses Season nicht mehr machen, weil es halt die Bögen nicht mehr gibt. Finde ich eigentlich schade, ich hätte lieber die Bögen drin gelassen, anstatt die Sniper jetzt wieder rein zu holen. Weil das mit den Anzünden von den Gegnern war schon recht effektiv, würde ich sagen. Auf jeden Fall nicht so effektiv wie die blöden Aliens, beziehungsweise die Raumschiffe, aber naja, seien wir mal ehrlich, lieber gegen Bogen spielen als gegen die Alien-Raumschiffe, aber mit der damit müssen wir uns halt abfinden in dieser Season. So, ihr seht gerade, ich flieg schon dahin, nämlich genau hier befindet sich das Artefakt. Mal gucken, ob ich noch Besuch kriege, aber Achtung, hier ist es. Er läuft weg, er hat Angst. Kriegen wir noch einen Kill hin? Oder kriege ich diesmal wieder keinen hin? Wetten, er will mich jetzt wegholen? Ja, ja, GG. Natürlich kriegt er die Pump. So, ich mache mich dann direkt auf den Weg zum vierten Artefakt und euch auf jeden Fall viel Spaß noch beim Level und viel Spaß beim Einsammeln. Und vergesst nicht, wie es hier gerade steht, bedankt euch beim Busfahrer, so kriegt ihr das noch schneller hin und in dem Sinne, haut rein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.